Für die Hamburger war es in den letzten Spielen in Berlin gegen die Rhein-Neckar-Löwen und besonders Gummersbach immer knapp. Jetzt wollen sie natürlich wieder einen Sieg. Kaspar Mortensen möchte erneut Torschützenkönig der Bundesliga werden. Liegt mit seinen 115 Treffern momentan auf Rang 3. Die Balinger kennen ihre Tabellensituation und das ist gut so. Niemand dreht durch. Geduldig warten sie auf den entscheidenden Tag für die nächsten Punkte. Philipp Wiestrup hat bei Balingen den meisten Ballbesitz, im Schnitt 6,2 Minuten pro Spiel.